Was bedeutet eigentlich gesunde Ernährung? Immer wieder lese ich in den Kommentaren, Käse, Nudeln oder Fleisch sollen ungesund sein. Aber ist das so? Angenommen du ernährst dich nur von Käse, dann ist das ziemlich sicher ungesund. Aber genauso ist es, wenn du nur Äpfel isst. Jeder der daher meint Käse, Nudeln, Fleisch etc. seien ungesund, der hat den Sinn von gesunder Ernährung nicht verstanden. In einer ausgewogenen Ernährung geht es darum, von allem was zu essen. Immer mit Köpfchen, mit Maß und Ziel. Und wenn ein Gericht dann ein wenig Käse oder Nudeln enthält, ist es deswegen nicht ungesund.